Die müsste sofort tot sein, glaube ich, wenn du sie am Kopf triffst. Oh, ich hab sie nicht am Kopf getroffen. Wer zur Kasse will, darf sich hier bedienen. Er war schon praktisch in Skapa Lake, hätte mich ja... Ach komm, wir gehen ja LS-Farben. Oh, geil, ich schaff's jetzt! Und da vorne. Dazu, jetzt, jetzt... Mich verstecken? I'm just burning. Schmeiß alles, was du hast. Du kommst eh nicht mehr mit dem Zeug heil raus. Irgendwie schmeiß ich so ein Ding? Rechtsklick. Ah, ah, so wie ein Wurfmesser dann. Ja, ja. Da ist doch eine Fliegenschlampe, die schmeiß ich mal tot. Die müsste sofort tot sein, glaube ich, wenn du sie am Kopf triffst. Oh, ich hab sie nicht am Kopf getroffen. Ist natürlich schade. Alter, du hast mich... Hab ich dich gemessert? Ja, du warst meinen, weil von der Hals weg, Alter. Wie ich das? Ne, jetzt war ich aber auf einmal da und ich hab dann gemessert und dachte, ich hätte den Schwarm getroffen und hab keinen Hitmark bekommen. Und dann dachte ich mir so, scheiße, hab ich ihn jetzt richtig getroffen und dann hast du... Box? Was? Was? Es reicht, wenn einer zurückkommt. Ich hab schon... ... ... ... ... Kapelle. Kapelle? Ich bin ein Freund da. Kapelle. Alter, ein Spiel super-Kốt würde ich gekriegen. Ach, kackere Enten. Ich brauche eigentlich gar nicht mal hingucken wer es war. Max, sprachlos. Ja, bitte was? Immer diese Gerüchte hier. Wo ist die? Du rennst doch immer an dem zu vorbei. Ach, da. Oh, zwei. Das reicht doch mit größerem Boden und dann normal gehen. Nee, normal gehen ist aber langsam. Und den Boden erst recht. Das muss man halt mal schauen. Raman läuft durch und riskiert, aber dabei ist nichts zu riskieren. Bei allen Leute, ich bin. Meine Axt. Habt ihr irgendwo ein Medipack gesehen? Nee, aber wir kommen jetzt zur nächsten Ortschaft. Warum Türen nutzen? Man kann auch durchs Fenster springen. Das ist genau dasselbe Thema, ne? Micha? Nee, das ist nicht schlecht. Ja doch, klar. Hier ist noch ein Hammer. Na ja, na dann GG. Bin ich auch ein Spawnpunkt? Oh. Schluss. Oh. Das war knapp. Ah ja, der kämpft mit Border Devils. Ich dachte, da wären jetzt Spiele. Nee. Aber Hunde. Ich hab Wurf-Axt. Wer zur Kasse will, darf sich hier bedienen. Oh nö, die ist mit zu weit weg. Oh, hier waren schon welche. Ihr habt's alle nicht mal nötig, was? Oh, mit. Doch, klar, aber ist nicht zu weit weg gewesen. Warte, lass mal Alice Farben gehen. Ja. Wow, während des... Du sagst immer nur dann die Richtung an, wenn ich schon einmal in die entgegengesetzte Richtung gelaufen bin. Schon praktisch. Schon praktisch. Ja. Er war schon praktisch in Skapa Lake. Hörte mich ja. Ach komm, wir gehen ja Alice Farben. Ja. Ich mag das halt nicht, da ist so viel Rasse. Mist. Hier haben sie schon gebootet. Wenn nach Fort Rica wollte ich gehen. Oh, nee. Das ist nicht gut. Fort Rica lauert da tot auf uns. Ich sag's dir. Ja. Jetzt können wir hier schön mit dem Konflikt gehen. Hauptsache wir rennen ja alle mit irgendwie einer Axt, mit Derringer und einem Hammer durch die Gegend. Ne, zwei extra, sorry. Drei? Ja. Max, das sind wieder Enten. Oh, geil, scharf bitte. Und da vorne. 87 Metern. Scheiße. Gut, ich lieg voll auf der Brücke, ey. Lass mal auf die warten. Geil, einfach nur geil. Also, jetzt hätt's ihn. Ich versteck gut. Oh, die steppt hier. Na, die wissen doch, dass wir da sind. Du sollst als erstes da runter gucken. Oh, die steppen da vorne durchs Wasser. Echt durchs Wasser? Na, wenn sie im Wasser sind. Die laufen aber grad zu uns hier rüber. Oh, ne, okay. Ich mach schon mal die Wurfachs klar. Pass auf, hinten neben dir. Oh. Oh, der wirft was. Was war das? Ich hab einen umgenietet. Ich hab einen abgestochen. Mission erfüllt. Alter, was finden wir jetzt? Mein Körper brennt. Alter, jetzt kommt von da auch noch einer. Da drüben war nur noch einer, glaub ich. Der mit der Schabschütze, ne? Ja. Hättest du den anderen gepusht? Der war allein. Ist doch so. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon seinen Kumpel wieder aufgehoben hat. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon seinen Kumpel wieder aufgehoben hat. Ist doch so. Äh, nicht ein Dynamit. Mann, hier deine Flammenhülle. Da drückt mal die Chaosbombe. Ja. Und die Flammen-Dings auch noch hinterher. Schmeiß alles, was du hast. Kommst eh nicht mehr mit dem Zeug heil raus. Du hast uns ja... Ne. Und die Flammen-Dings auch noch hinterher. Geblendet. Du hast den, glaub ich, umgeniedert, Alter, oder? Ne, ey. Oh. Alter. Ey, du hast ihn. Ich will den weggeben. Aber umgebracht? Ne. Ne, ne, ne. Weisst du, du messerst seinen Kumpel zweimal. Und dann kommt der Dude um der Ecke. Also von der linken Seite. Und hau in dir rein. Hm, das Schwein.